Ich hatte jetzt die erste Woche Vorlesungen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gebäude ist schön, sehr modern, mir gefällt also im Großen und Ganzen sehr, sehr gut bisher. Ich komme vom dualen Studium, ich habe davor mein Bachelor of Science an der DABW in Stuttgart hier gemacht, zusammen mit HP als dualen Partner und habe eben da jetzt im Wintersemester quasi bin damit fertig geworden, habe meinen Bachelor bekommen und fange jetzt hier dann direkt weiter anschließen mit meinem Master. Besonders freue ich mich auf die Erfahrungen, die ich jetzt hier sammeln werde, die Lehrerfahrung, aber auch die Erfahrung im Unternehmen, dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, das Ganze dual eben im kooperativen Umfeld durchzuführen, da freue ich mich besonders drauf, dass ich hier eben dann meine professionellen und auch meinen theoretischen Sichtweisen erweitern kann und hoffentlich hier einen guten Abschluss machen werde. Ja, die Sache, dass wir eben hier die Möglichkeit haben, das kooperative System weiterzuführen, was ich aus dem Bachelorstudium schon gekannt und gemocht habe, außerdem die kleinen Gruppen, wo man dann noch ein bisschen bessere Interaktion mit dem Dozenten hat und dementsprechend die Sachen dann vertiefen kann und eben auch mit der Praxis verbinden kann. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020